Ja, ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil, Grauen aus der Tiefe. Ich muss gleich mal die Musik ein bisschen leiser stellen. Okay, Option. Erstmal habe ich alles ein bisschen leiser gestellt. Okay. Okay, maßgeschneiderter Cursor. Das ist immer noch ganz schön laut, finde ich. Das liegt daran, dass es bei mir auf dem Ohr so laut ist, aber sonst... Können wir eigentlich starten. Ich habe ein bisschen schlucksen. Noch einen Schluck Grauen aus der Tiefe. Zwei. Der Gesang der Sirene. Der Sirene. Auch wieder Sammler Edition. Ich trinke noch einen Schluck, dann können wir anfangen. Ja. Fange ich jetzt ein paar Stunden... Eine Stunde später ungefähr, nach der Beendigung des ersten Teils, fange ich den zweiten Teil an. Ach so. Schwierigkeit Hobby. Fortgeschrittenen Experten. Können wir machen. Hobby. Das ist ja echt ein Hobby. So. Entwürfe, Filmsequenzen. Bildschirm, Hintergründe, Musik. WB-Rätsel. Wimmelbild-Rätsel auch genannt. Hier gibt es leider kein Extrakapitel. Mal gucken. Ah, hier ist doch. Hier ist das Bonusabenteuer. Das Buch von David Jones. Gucken, ob das so... so weitergeht. Also die Qualität ist schon besser. WB-Rätsel auch genannt. Äh, du bist die Kuratorin des Marienmuseums der Karibik. Möchtest du eine kurze Anleitung? Nein, wir kennen uns ja schon aus. Ich mache auch heute wieder ohne Facecam. Ich will aber nochmal schnell ins Hauptmenü, weil... Ähm... Am Anfang wurde wieder eine Filmsequenz gezeigt. Nämlich die. Ne? Die haben wir jetzt gesehen. Am Anfang wurde wieder eine Filmsequenz gezeigt. Die ich überspringen musste, weil ich ja erst mal ins Menü wollte. Um OBS einzurichten. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Okay, das war die Filmsequenz, die wir verpasst haben. So, und jetzt spiel mal. Jo. Gucken wir mal nach, was es hier zu finden gibt. Na los, wir öffnen. In Liebe, Mama. Meine geliebte Tochter ist tatsächlich schon wieder ein Jahr vergangen, seitdem sie auf den Fängen des Kapitäns gerettet habe. Oh ja, das ist ein Jahr her, wie man hört. Neuer Eröffnung des Marienmuseums in der Karibik. Bla bla bla. Der merkwürdige Fall. Äh, okay. Gut. Stift. Eine Kleinigkeit, um mich an mein letztes Abenteuer zu erinnern. Mhm. Schön. Das ist der... Versperrt. Wo habe ich meine Schlüssel? Vielleicht im Inventar. Nein. Der Isa. Sieht ganz anders aus jetzt. Sprechen wir mal mit ihm. Ich bin der fucking only one. Who can? Zuerst muss ich die Schnur des Pakets durchschneiden. Ah, das erinnert mich an was. Hier ist mein Schlüssel. Artefakte, die angeblich in Einbezug zu David Jones, dem mystischen Seeteufel, haben. Eine der Dublonen, mit denen ich den Fluch von Captain Remington brechen konnte. Vor Jahrhunderten trug David Jones, der legendäre Seeteufel, diesen dreieckigen Anhänger. Dies ist eine verzauberte Perle. Ein einmaliges Souvenir von meinem letzten Abenteuer. Also ein Haufen Referenzen, wie wir sehen. Ist hier noch irgendwas? Eine echte Piratengaleone. Das Hauptexponat der kommenden Ausstellung sieht fantastisch aus. Oh, was haben wir hier? Sarah Black. Der merkwürdige Fall von Captain Henry Remington. Das kennen wir ja schon. Ich erwähnte in meinem Buch nur wenige übernatürliche Ereignisse und hielt mich vorwiegend an Fakten, denen man Glauben schenken würde. Also quasi nix. Okay, gehen wir mal wieder zurück ins Büro. Und hier drinnen ist hundertprozentig ein Messer. Was ist das? Ausstellung. Unerwartete Entdeckung. Haha, das ist mal von dem Alten. Eine Broschüre der letztjährigen Ausstellung über Captain Remington. Den untöten Piraten, den ich durch die Karibik verfolgte. 25 Dollar. Eine schockierende Biografie des furchterregenden Piraten von Sarah Black. Endlich habe ich mein Buch über Captain Remington beendet, verendet und veröffentlicht. Piratenartefakt, die Legende von David Jones. Unsere neue Ausstellung zeigt mir ein überraschendes Abenteuer des letzten Jahres. Hier ist eine Schere. Na, das ist doch schon mal was wert. Oh, es reagiert miteinander. Ja, natürlich fordern wir es jetzt heraus. Ein dreieckiger Anhänger rein damit. Das ist unser erstes Rätsel. Okay, wir fangen mal hier an. Machen wir mal so. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das passt auch. Nee, das passt. Das passt nicht. Das passt da nicht. Das passt da nicht. So, jetzt wird noch das getauschen. Dann sind wir durch. Es geht wo weiter? Super. Hm. Schiebekram. Ihr wisst, was ich davon halte. Das ist an und für sich nicht schlecht. Jawohl, haben wir es gepackt. Na, herrlich. Ich klicke ein Dreieck an, um das angrenzende Dreieck, mit dem du vertauschen möchtest, um das Bild zusammengesetzt. Ach so. Klasse. Der Arm stimmt ja. Ich tausche ihn jetzt trotzdem mal. Okay. Ich klicke ein Dreieck. Jo, haben wir es drin. Help me. Ich klicke ein Dreieck, mit dem du vertauschen möchtest, mit dem du vertauschen möchtest, mit dem du vertauschen möchtest, mit dem du vertauschen möchtest. Ich wusste gar nicht, dass sie das... Warum konntest du kämpfen? Warum hast du nur das Riesennerz an? Das ist der Vergewaltigungsscooter. Es hat keine gesunde Farbe, wenn ich das mal sagen darf. Vielen Dank, dass du okay bist. Es gibt keinen Sinn, versuchen zu behaupten, meine Schmerz an zu behaupten. Ich wurde versuchte, um den Golden Octopus, eine Figurin von monströsischen Macht. Aber ich verabschiede. Nach dem Angriff auf dein Museum, ist es sicher, dass es wieder in den Handeln von Mayor Murray ist. Das bedeutet, dass wir alle in großartig gefährden sind. Als ob die Fisch-Kurse nicht genug waren. Wir brauchen deine Hilfe. Aber mein Freund Calliope, am meisten, wir werden sie bald treffen. Was? Er ist wohl ein... Er ist wohl ein Fischmensch, oder was? Richtig, wir gehen rein. Die Mayor's Mercenaries sind bereits hier. Wie er hochobst, geil! Ein riesiger Leuchtturm wirft seinen Schatten auf die Stadt. So viele Schiffswracks, das verursachte... Was verursachte so ein Chaos? Eine wütende Meute versammelt sich um das Haus. Sie führen nichts Gutes im Schilde. Ohne ein Ventil kann ich die Pumpe nicht umdrehen. Wie wahr, wie wahr. Die Frage ist... Weißt du, was sollte mich das jetzt schocken? Ist das ein Fischmensch, oder was? Er hier, unser Kumpel. Klasse. Quick. Na los. Quatsch, nicht so viel. Der Schrank ist zu schwer, ihn ohne Hebel aufzuheben. Na, haben wir zum Glück einen. Ach, das sind die Fischmenschen. Diese fischähnlichen Männer sind für den Angriff verantwortlich. An ihren Uniform kann man erkennen, dass sie die Wachen von jemandem mächtigen sind. Na, von wem wohl. Mal sehen. Das muss ich gleich... Das sitzt fest. Der Hausbesitzer möchte seinen Besitz vor Fremden schützen. Seltene Fischähnliche Männer scheinen etwas zum Ringen. Eine Kutsche? Ich muss an den Schlauch gelangen, ohne mich zu verbrennen. Na, ich bin ja eben auch heller. Okay, haben wir das gefunden. Jetzt benutzen wir den Schlauch. Und das Ventil. Starten den Kram. Und löschen den ganzen Kram. Okay, es ist schon echt aufwendiger, der Teil, ne? Irgendwie... Fetzen solche Spiele. Los geht's, ab ins Schlafzimmer. Hm. Das muss die mysteriöse Calliope sein. Sie ist nicht nur ein Mörder, sondern ein Siren. Ein Siren? Es scheint, als wäre in dieser seltsamen Fischerstadt die Zeit stehen geblieben. Okay, mehr gibt's hier nichts zu sehen. Gibt's hier was zu holen? Na, dann quatschen wir auch mal mit ihr. Ja. Ich habe nicht zu erinnern, dass die Kram ist. Aber ich habe sie wieder genommen. Sie wird uns helfen, meine Liebe. Hallo, Frau Black. Mein Name ist Calliope. Ich bin terribly sorry für die Situation unserer Gespräche, aber du bist der einzige, die vorhin zu erinnern, die Davy-Jones'-Kurse zu erinnern. Und wir brauchen wirklich Ihre Hilfe. Mayor Murray ist hier in Kingsmouth als ein Prisoner, der hat die Kürse auf diese Stadt gebracht. Und es wird nicht bequert So, wir sind auserwählt. Er sieht aber aus. Ist er ein Fischmensch oder was? Ghostbusters oder was? Ach nee, der Kraken. Ist gerade noch sehr storylastig, der Anfang. Und so ein Kragen ist ganz schön eklig, wenn ich das mal sagen darf. Ui. Achso, ich dachte, das... Der Kraken steckt sie jetzt einfach mal gekonnt rein. Überlebender. Er ist tot wahrscheinlich. Er ist bewusstlos. Schwierig zu sagen, wie schwer er verwundet ist. Ich helfe ihm wohl besser. Jo, machen wir das mal. Jo, machen wir das mal. Ja, wir haben das mal.